So Leute, da mit neuem wieder ein herzliches Willkommen. Du magst drei Lilies? Ich magst drei Lilies? Du magst drei Lilies? Ich mach Mehlf's? Was? Wir sind füreinander bestimmt was? Dementsprechend würde ich sagen, schauen wir mal bei dem Hubschiff vorbei. Der hat schon wieder so eine Frisur, den kämen wir vielleicht. Ich denke, der ist schon mit dem Gaseuer dritten Grades, vierten Grades, mit der Schwester, der wieder pudert und zehnten Grades verwandt. Nein, überhaupt nicht, nein, nein. Puh, neue Wagen, puh. Das ich ja nicht, nein, will ich nicht, oder was? Der Fix oder der Fix? Zeig mal her, Avarat, zeig mal her, was hast du denn so Schönes? Na, Logo, na fix, werden wir das gleich mal aktivieren. Ey, wir werden das schon machen, wir werden das schon managen, Digi. Wir machen das schon, wir machen das schon, ich sag dir das. Wir machen das schon. Munterreis, nein, ich hoffe, das ist aber auch akzeptierende Munterreis. Im Endeffekt. Kaffeeinreis, oder was? Puh. Vor allem aber im Endeffekt, wie das schmecken könnte. Das wär irgendwie geil, das wär sicher geil. Naja, sonst nix besseres zu tun, oder was? Scheiß Bälle zu werfen, aber na gut, ja, wenn's einmal so. Äh, aber passen uns so gut. Digi, ich hoffe, nix besseres zu tun, aber na gut passt. Bin eigentlich dafür da, dass ich da eigentlich, ja anscheinend bin ich für was anderes da. Ah ja. Äh? Jetzt hör ich doch die Punkte. Okay. 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 Cool, 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 cool. Okay. Jubeldorf. Naja, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber gespannt. Okay, der hat eine Mission. Okay, da müssten eigentlich aber alle hier eine Mission kriegen. Im Endeffekt, ich hätte mir jetzt eigentlich gedacht, dass ich, wenn ich da schon die eine Mission aktiviere, so, dass ich natürlich dann auch nur die Mission kriege, aber na gut, ja, passt. Cool, cool, cool. Ja, mehr aber. Wollen wir denn da wieder? Ah, super. Bis wir das wieder gefunden haben, sind wir alt. Haha. Bis wir das wieder gefunden haben, sind wir wirklich alt. Da, Missionsliste, da haben wir's ja eh. Da haben wir's ja eh. Ja? Ich würd aber... Das da, das würd ich gern haben. Nicht alle anderen? Okay, ja. Jetzt, wo wir das Ziel werfen haben, ja, dann du das. Vielleicht, vielleicht zeigt er mir das wenigstens auch. Ja, na schau, na endlich, na Gott sei Dank. Jetzt zeigt er mir das wenigstens auch. Jetzt zeigt er mir das wenigstens auch, was ich da zu tun hab. Aber interessant. Hört sich ja. Dadurch, dass wir den König des Walles besiegt haben, sind da so einige Nebel, was dazukommen. Find ich aber gut, find ich aber gut. Zeig ich trotzdem gern was mit Petitze, aber was soll's. Ein Übungsgelände. Warte. Das... Ja, volle Wäsche, das ist ja das Platz, Alter, wo wir unsere Starters gefangen haben. Na, das ist geil. Wisch, okay der Wallethl. Probieren wir's mal! Probieren wir's mal! Probieren wir's mal! Probieren wir's mal! Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich der größte Fehler des Todes. WTF! FPS! Boden! Okay. Aha. Aha, die Ege, aha. Aha. Dementsprechend, oder? Okay, ich glaub, der kann relativ... Ich wollt's jetzt grad nicht irgendwie verschreien. Ich wollt's grad irgendwie verschreien. Relativ schnell Punkte sammeln. Überhaupt nicht. Bin ich einmal zu hoch, einmal zu weit unten? Oder... Machen wir langsam die Wurftechnik. Mit dem Pablo kann man umgehen, aber nicht mit dem. Anscheinend. Weiter. Der geht's wieder neben. Okay, okay, wenn ich den so die ganze Zeit so wehr, bei der Bruder. Na sicher geht er was weiter, na sicher. Okay, wahrscheinlich wieder neben geht er was weiter, aber hey, hey, hey. Und da geht er schon was weiter. Na schau, na schau, na schau. Da ist was, da ist was zu haben. Guck mal. Hauptsache, ich hab die 10.000 Punkte. Ha! Ha! Das ist wichtig. Das ist wichtig. Komm zur Höhe, die 10.000 Punkte. Leck mir was. Bruder, 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 Bruder. Gönn dir, gönn dir, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Ich mag's mit dem Schädel auch noch hin. Passt, perfekt. Ist, ich glaub ich zähl, oder? Oder müssen es Bälle gewesen sein? Ich weiß nicht, ich glaub es müssen nicht Bälle gewesen sein, aber da gut passt. Es ist so wurscht, Hauptsache, wir haben die 10.000. Hauptsache, wir haben die 10.000. Wie es alle scheißegal. Hauptsache 10.000. Das war definitiv fair. Cool. Ab und zu ein paar mit dem Schädel zwar hingemacht, aber da war noch gut. Passt. Der hat ja nicht gescheit hingeschaut. Der hat ja nicht hingeschaut. Wow. Eine Rauchkugel. Danke, Digi. Was hab ich jetzt sehr gebraucht? Danke. Danke. Cool. Hat mich, hat mich, hat mich gefreut, Havara. Hat mich sehr gefreut. Das sagt Gott dir. Das sagt Gott dir.